Glühficken Lebkuchen, wahlweise auch als Haus machbar. Für den Teig brauchen wir 250 Gramm Honig, 120 Gramm Zucker, Wasserbad, einrühren. So lange sieben wir 500 Gramm Mehl, 1 Esslöffel Backkakaopulver und 2 Teelöffel Lebkuchengewürze. In unser Mehl kommt ein Ei, 2 Esslöffel Glühficken mit einem Esslöffel Pottasche, was auch immer sein soll. Meine Pottasche sieht anders aus. Jetzt mixen wir alles zusammen und das wird dann hoffentlich gut. Auskühlen bis morgen. So, jetzt tun wir das Ganze ausbreiten und backen, denke ich. 200 Grad Ober-Unterhitze, 10 Minuten. Während unsere Lebkuchenplatte auskühlt, machen wir den Zuckerguss mit Glühficken. Unser magisches weißes Pulver und dann halt so viel, dass es passt. Und jetzt schneiden wir uns Teile für ein Haus raus. Okay, vergesst das Haus, aber wir haben geile Glühficken-Lebkuchen. Hätten Haus werden können. Ich hab euch die Basics gelegt und fordere euch heraus zu einem besseren Glühficken-Lebkuchenhaus. Und ich habe jetzt mal den Sohn-Lebkuchenhaus. Oh mein teamed Uhr so warm. Und ich nahm jetzt mal diesem Sohn-Lebkuchenhaus.